Das war also die vierte Folge von Hibike Euphonium und ich muss auch sagen, dass mir diese Folge wieder ausgesprochen gut gefallen hat, ähnlich wie die letzte, wo wir das Solo von Kosaka am Ende hatten, wo sie Dvorak gespielt hat und was als Inspiration auch für Kumiko, unsere Hauptprotagonistin, gewirkt hat, was sie auch in dieser Folge dann gesagt hat und was dann zu einer besonders schönen Szene auch zwischen den beiden geführt hat. Aber besonders möchte ich erstmal natürlich erwähnen, dass diese Folge also auch hauptsächlich so ein bisschen endlich das Zusammenkommen des gesamten Ensembles war, wobei da immer noch einige Konfliktherde vorhanden sind und dass der Lehrer, von dem wir in dieser Folge auch ein bisschen mehr sehen und von seinen potenziellen Lehrmethoden, doch sehr strategisch vorgeht und auf jeden Fall ein gewiefter Fuchs ist, wenn es darum geht, zu versuchen, dieses Blasorchester zusammenzubekommen. Und einer der aber dabei immer noch aufkeimenden Konflikte wird auch in Zukunft, denke ich, dabei sein, die Diskrepanz, die in dieser Folge sichtbar war, zwischen denjenigen, die es wirklich ernst meinen damit, dass sie bei Contest, bei Wettbewerb mitmachen wollen und denen, die in der Band sind, die das eigentlich nicht wollen, sich aber aufgrund des Peer-Drucks, des Gruppenzwangs trotzdem gemeldet hatten, als er gefragt hatte, wollt ihr zum Spaß hier spielen oder wollt ihr für die Competition spielen. Und das wird, denke ich, trotzdem immer noch mal Thema sein, auch wenn es so scheint, als wären die Stimmen in dieser Folge, die Instrumentgruppen zusammengekommen und dann, als er letztendlich gesagt hat, so, jetzt ist das Zeitlimit erreicht, zeigt mir, was ihr gelernt habt, jetzt in der einen Woche, wo ihr geprobt habt. Und auch wenn es noch viele Einzelheiten gibt, er trotzdem zufrieden genug war, zu sagen, ja, es geht zu dem Sun-Festival. Also, ja, dass es da auf jeden Fall immer noch hier und da kleine Zündherde geben wird. Und endlich auch in dieser Folge hat es also die vorhin schon erwähnte Szene gegeben zwischen Kumiko und Kosaka, wo eigentlich auf Initiative erst von Kosaka, die sich ihrerseits gar nicht entschuldigt. Und ich möchte anmerken, dass sie das Wort Gomen oder Sumimasen vermeidet, sondern einfach nur gesagt hat, ich glaube, ich habe gestern ein bisschen zu viel gesagt, als sie ein bisschen sehr harsch den Lehrer verteidigt hat, weil sie genau weiß, dass er sehr gewieft ist und wahrscheinlich ein guter Anführer oder Leader, sagen wir mal, ein, wie sagt man, nicht Chorleiter in dem Fall, sondern ein Ensembleleiter ist. Und dass sie am nächsten Tag dann zu Kumiko kommt, die sie auch ein bisschen angefahren hat an der Stelle und einfach nur sagt, dass sie es ein bisschen übertrieben hat, ohne sich allerdings zu entschuldigen. Es scheint mir auch, dass es sehr wichtig ist, innerhalb dieser Serie, wie mit dem Wort Entschuldigung Gomenasai Sumimasen umgegangen wird und wofür man sich wirklich zu entschuldigen hat. Und was einfach nur wirklich die Äußerung einer ehrlichen Meinung ist, was auch so ein bisschen Thema dieser Folge oder vielleicht sogar der gesamten Charakterentwicklung innerhalb dieser Serie sein wird. Bin ich mal gespannt. Und das nutzte dann auf jeden Fall, Kosaka fand ich sehr schön, auch die Szene, wo sie dann aneinander vorbeigegangen ist oder Kosaka wieder gehen wollte, dass Kumiki sich auch endlich durchgerungen hat. Und zwar nicht wegen der Sache damals angesprochen hat, wo sie in der Mittelschule waren, aber dass sie zumindest sich ihrerseits entschuldigt hat, dass sie so schlecht erstmal über den Lehrer geredet hatte. Mit dem einen Jungen, mit dem sie da zusammen auf der, wieder beim Fluss saß, der auch mal wieder fabelhaft animiert war und super in Szene gesetzt und die Hintergründe wahnsinn. Wobei ich, ja, dass da an der Stelle dann eben auch Kumiko endlich dann sich entschuldigt hat und bedankt hat für die inspirierende, ja, Aufführung oder Vorführung, die Kosaka den Tag zuvor mit ihrer Dvorak, ja, Aufführung gegeben hat. Und dass sie sich auch ein Herz gegriffen hat und zum Beispiel eine aus ihrer Instrumentgruppe auch gebeten hat, eine eigentlich höherer Jahrgang, dass sie doch mitmachen und mittrainieren sollte. Und das war auf jeden Fall eine sehr schöne Szene und hat dann vielleicht so einen kleinen Fortschritt innerhalb der Beziehung zwischen diesen beiden Charakteren bedeutet. Hat man zumindest auch Kosaka angesehen und das ist auch etwas, was in dieser Folge sehr stark aufgefallen ist, dass Kyoto Animation es in dieser Episode verstanden hat, nicht über Worte, sondern mit den eingesetzten Bildern und den Animationen der Charaktere, mit den Bewegungen sehr deutlich zu machen, was innerhalb der Charaktere vorgeht. Da ist mir als erstes aufgefallen, die Situation, wo dann gerade so das Lehrer-Eltern-Treffen war, wo die Schüler mit dabei sitzen, wo Kumiko während sie dran ist aus dem Fenster starrt und dann man wirklich nur so ganz leicht von hinten mit dem Rückkopf dann die Animation sieht, wie sie versucht, die Wolken, die im Bild sind, wegzublasen, was nämlich eine Übung war, die vorher ihnen der Lehrer, also der Ensemble-Leiter auch gezeigt hat, versucht so den Atem lange zu ziehen, als würdet ihr die Wolken wegpusten, dass sie das in dieser Szene macht. Und dann kurz nachdem sie ihr Gespräch und die Entschuldigung und den Dank mit Kosaka hatte, die Szene, wo sie dann sagte, es fühlte sich gut an, wo einfach nur ganz kurz so ein paar Frames die Schultern abfallen, so von wegen, als wäre eine Last im wahrsten Sinne des Wortes von den Schultern gefallen. Die Reaktion auf dem Gesicht von Kosaka, als sich Kumiko bedankt hat. Also es sind so ganz viele verstreute Details, einfach auch nur in den Körperanimationen, Körperbewegungen in dieser Folge, die ich sehr schön fand, zusammen mit der wieder wunderbaren Hintergrundmusik, abgesehen davon, dass wir jetzt zum ersten Mal so ein etwas längeres, kleineres Partstück gehört haben, von einem Ensemble-Blas-Instrument-Spiel, auch eben genau an der Stelle, wo dann der Leiter herausfinden wollte, sind sie jetzt zusammengewachsen zu einem Ensemble, ist auch immer wieder auffallend, die wunderschönen Hintergrundmusiken, wobei derselbe Soundtrack in dieser Folge, glaube ich, so an zwei oder drei Stellen oder zumindest in derselben Variation, ein ähnlicher Soundtrack an zwei, drei Stellen verwendet wurde, der aber auch die Stimmung für die Folge perfekt setzt, zusammen mit der Farbgebung und den Kameraschnitten und so weiter. Und auch dieser Folge gebe ich daher nicht ganz so gut wie die in der letzten Woche, aber trotzdem immer noch sieben von zehn Punkten für mich, für diese Folge von Hibiko Euphonium und ja, bin auf jeden Fall weiterhin heiß, jede Woche jetzt neu die Folge zu sehen und hoffe, dass es in dem Stile weitergeht, dass wir ja jetzt sehen, wo die Reise hingehen wird, mit erstmal der Teilnahme bei dem Sun-Festival und welche kleinen Dramen wir immer innerhalb des Ensembles noch sehen werden und welche Charaktere vielleicht noch eine gewisse stärkere Rolle bekommen. Natürlich ist es ein großes Ensemble, man kann nicht jeden Charakter einzeln stark beleuchten, sondern tatsächlich eher so ein bisschen die Gruppendynamik innerhalb der Instrumentgruppen beleuchten. Aber ich habe echt keinen Charakter von denen, die jetzt bis immer so aufgetaucht sind, wo ich sagen kann, dass mir der oder diejenige unsympathisch wäre. Und das ist auf jeden Fall bei einem so großen Cast, denke ich, definitiv eine Leistung und damit reicht es jetzt dann auch wirklich. Und ich sage Matane, bis zur nächsten Folge dann. Tschüss!